So, also heute ist Karfreitag und eben als ich die Nachrichten gehört habe, habe ich mir so gedacht, was soll der Scheiß eigentlich? Was soll das mit dem Tanzverbot an Karfreitag? Und dann habe ich mir einfach gedacht, wisst ihr wat? Scheißegal. Na gut, das wollte ich nochmal eben anmerken, ne? Tschö.